Oh Gott, das ist ein Gespenster. Okay, mach nur 7 Schaden. Okay. Regeneriert und entzieht Mana, was sowieso nicht mehr hat. Okay, ja, geht schon. Das ist in Ordnung. Ja, aber ich kann das Licht leider nicht schützen. Das ist für mich nicht möglich. Und ja, alle Leute werden jetzt zum Licht gehen. Ich hoffe, dass der obere Geist... Ich kann den unteren Tatt machen, aber dass der obere Geist nicht runterkommt. Kommt er nicht. Macht er die Skelette platt. Und der greift... Oh! Oh! Ah, okay. Schlau gemacht. Pausieren den. Greifen die Gespenster an. Und die Gespenster greifen zu kippern. Nein, was sind das? Geister. So. Zack. Zack. Und haben wir Nebelwolken und wechseln sie. Gut, okay. Ich habe mich umsonst besorgt. Gezeigt. Ja, warum... Wobei... Nun gegen alles vermutbar. Noch ein Fernangriff, oder? Ja, ein Fernangriff. Ja, wurscht. Ich schätze, wir brauchen das Geld. Wir brauchen Geld. Wir kriegen wir Geld. Das ist sehr schön. Das ist gut. Das ist schön und das gehe ich gerne. Die Minotauron, die schaffen wir nicht. Die werden wir jetzt auch nicht erobern. Das werden wir jetzt nicht machen. Gut. Äh... Der sollte... Der sollte zurückkehren. Das ist, äh... Wie so heikel gerade hier. So, und der ist wieder ein Schritt... Oh! Nein. Alles klar. Sehr schön. Genug Unsinn hier angestellt. Ja... Ja, ja. Geht ruhig auf die Skelette. Mir wurscht. Wird der Reintrain bei mir durch. Wie viel Leben noch? Auf 250. Das schaffe ich mich. Ich schließe mal wieder mal scharf auf den hier. Ein Gebelstem. Naja... Ich wünsche was für mich für Einkommen dahinten. Die Paläste richtet auch keinen Schaden an. Eigentlich rausgeschmissenes Geld, wenn man sich darauf nicht spezialisiert. Sehr schön, sehr schön. So, ich schieße Schaden auf die Palästewisten. Und die Vampire. Hauen auf drauf. Und die Geister geben den Rest. Zack. Alter. Und die ist echt schlecht. Auf auf. Wie gibt's dir? So. Zack. Na... Scheißkneuer, fickt's euch. Okay, das war's jetzt. Tot. 30 Skelett mit 2 Geister. Einen Wissen hat er bekommen. Das ist unser Magier. Oh, wir haben Türkis plattgemacht. Das war der letzte Held. Ups. Oh Gott, die wollen auch kämpfen. Oh Gott, sind das viele. Das sind echt viele. Aber sie sind nicht so hart. Die sehen nur schlimm aus. Nein! Nein, meine Liche. Sie sind alle tot. Oh Gott, Mardik. Ja, das ist ein Fehler gewesen, der mir jetzt teuer zu stehen kommt. Und mit dem Verlust der Liche. Die werde ich jetzt verlieren. Oder auch nicht. Alter, gehen sie echt aus? Die Skelette? Das ist ein bisschen doof von denen. Ist mir wurscht. Upsig aus. Ich würde gerne mal die KI sehen, wie die KI gebaut ist. Ach, die Wolfskriege. So. Die Vampire sind dann mal geil. Die können sich wiederbeleben. Die saugen dann das Leben aus den Gegnern heraus. Jetzt habe ich alle meine Skelette verloren. Aber ich kriege wieder ein paar. Fünf. Lächerlich. So. 12.000. Was fangen wir denn damit an? Drachengewölbe. Jetzt schon? Ja, jetzt schon. Gib ihm Drachen. Meine Fresse. Und jetzt kommt neue Woche. Oh. Krass. So. Jetzt brauchen wir. Achja. Nicht zu vergessen. Die vermehren sich auch. Die poppen untereinander. Und deswegen werden die auch mehr. Da muss man auch mal ein bisschen mit Blick drauf haben. Klar greift die auch an. Oh. Oh. Könnte aber. Wobei greifen sind die dritte von den Menschen. Die dritten Kreaturen, die sie bauen können. Ich mach ihn. Angriff. Gib ihm an. Steinhard magischer Pfeil. Ähm. Geben wir. Dem. Den hier. So. Jetzt schauen wir mal da auf den drauf. Und der schießt auf den hier. Den ignorieren wir mal ein bisschen. Der kommt sowieso zu den Skeletten. Oder auf den. Eventuell. So. Eilt aber sehr schön. Zwei Königstreifen. Wir wollen den Schatz. Okay. Das geht. So viel Schaden machen die nicht. Sonst hätten die die Skelette genubed. Haben sie aber nicht. Schön, dass sie hier so zusammen stehen. Das sind Felken, ja. Sind wir sie selber schuld. Aber naja. So. Fertig. Passt. Wir haben noch 14 Skelette verloren. Kriegen aber ein paar wieder. Sieben Stück. So. Dann kriegen wir ordentlich Kohle hier zusammen. Brauchen wir auch. Wir haben hier zwei Häuser, die wir hier verwalten müssen. So. Ungespannt wann der Braune wieder vorbeischaut. Wenn nämlich hier nicht ganz optimal hell noch umlaufen. Die Geschwächt sind. So. Dann tauscht du dich schnell mit dem dann aus. So. Und du. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was geht noch? 14. 18. Das wird. Das wird teuer. Oh. Nein. Wir schaffen wir das überhaupt noch. Nein. Ja. 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 Geht schon. Geht schon irgendwie. Oh. Oh. Oh Gott. Das wird. Das. Oh Gott. 15. Das wird uns jetzt ordentlich die Fresse polieren. Wenn man das mal so ausdrückt. Wir haben jetzt verloren. Ja. Wir können gerne einen Autokampf machen. Das. Da brauchen wir jetzt nichts mehr machen. Ähm. Wir haben jetzt verloren eigentlich. Also ich wüsste nicht wie ich das noch retten könnte. Das ist einfach. Das ist zu viel. Jetzt sind auch die Lieche auch noch. Ne. Das ist zu viel. Jetzt machen wir uns auspielen gehen nochmal was. Das Okay, die 32 könnten ein bisschen was reißen, aber so ein bisschen. 19 Skelette, 114 Schaden. Ich komme ganz knapp in mein Leben weg, aber ich sehe da keine Chance. So, wir fliehen jetzt, wir fliehen jetzt, so, dann verlieren wir den Ice Rhin nicht, aber wir verlieren ihn, klar, aber wir verlieren seine Artefakte nicht, die er gesammelt hat. Und, ja, das ist auf jeden Fall positiv. Hm, was macht denn dieses Flammenschwert? Angriff und Verteidigung plus 2, das ist doch mal schön. 12.000, das ist doch schön, das ist sehr schön. Sonst können wir den wieder rekrutieren. Ihr seht, 2 und 3 Artefakte hat er, da hätten wir uns ein bisschen geärgert. So. Alles klar, alles klar, alles klar. 1.800. Okay, 1.800 geht aber noch. Das ist aber in keinem Bereich. So. Okay, da sehen wir weit genug rein, hier oben sehen wir nicht viel. Das hoffe ich, dass ich das bald ändern kann. Bevor wir eine nette Überraschung da rum erleben, die wir gar nicht wollen. Bitteschön. 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 Geister hattest du noch gar nicht. So, zack. Okay. Mal ein bisschen Nachschub bekommen. Deinen 5. Skeletten kannst du nicht mal zuziehen. So. Und der nächste Held macht sich jetzt auf den Weg. Ah, sehr schön. Wir haben noch ordentlich was mit. So, und dann auf den Rest kann man ehrlich gesagt verzichten. Also Liche sind immer, immer rar. Das kann man nicht ändern. Wir können mal schauen. Was brauchen wir denn für das alte... Ja, genau. Wie ich es gesagt habe, Quacksilber brauchen wir. Wird als Topf angezeigt. Früher die Töpfe aus Quacksilber waren. Das ist... Ja, wir gehen dann mal nach oben. So. Der Hauptheld hat noch ein bisschen Zug. Zug. Guck mal dahinter. Mal schauen. Da gibt es nichts. Da gibt es nichts. Brauchen wir nicht auf Deutsch. Das heißt, du gehst dann hier nach oben. Hier staut sich das Zeug natürlich an. Aber das dürfte uns jetzt erstmal egal sein. So. Jetzt geht es auf ans Upgraden. Ein Holz und ein Eisenherz. Super. Wir haben sowieso so viel Eisenherz. So. Dann verkaufen wir mal ein bisschen Eisenherz. Hälfte ungefähr. 2800. Das dürfte... Oh, da gibt es einen kleinen Boost. So. Was kann man denn hier Schönes machen? So vieles Zeug. Hüfern, Guaronen. Also ich mag die ehrlich gesagt nicht. Die einzigen, die geil sind, sind die Hydren. Aber das war es auch schon. Okay. Wir könnten hier uns mal das Zeug hier zusammen kaufen. Mal einen Helden draus machen. Damit das hier nicht ganz so sonst ist. Komplett upgraden. Ja, machen wir auch. Das machen wir auch noch. Die Minotauren müssen wir unten besiegen. Das macht auf jeden Fall der Held, der gerade aus der Ding hier rausgegangen ist. Das war ein Schloss. So. Bestimmt ein Fehler. Bestimmt kommen sie jetzt ausgerechnet. Wo mein Hauptheld hier an die Sporen gibt. New Wayne. Oh Gott. Ja, okay. Wir müssen das hier auch noch erobern. Das macht er dann auch noch. So. Mal schauen, was hier oben ist. Viele Augen des Bösen. So. Du gehst in die Stadt rein. Also ein Held sollte immer in der Stadt sein. Allein aus dem Grund wegen am Verteidigen. So. Was brauchen wir jetzt nächstes? Ja. Eigentlich ist es egal wie wir das machen. Upgraden. Hier oben ist eigentlich gar nicht mehr so viel. Gut. Dann haben wir hier ein bisschen Ruhe. Das ist auch wichtig. Dann werden wir nicht die ganze Zeit belagert von irgendjemandem. Kampierschossformer bestimmt die Magiergilde der Stufe 2. Da werden wir uns gleich dann kümmern. Nicht jetzt, aber gleich. Und da kommt auch einer schon. Und was hat er dabei? Eine Rudel wenige, einige. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Einfacher. So. Wie kosten Wasser. So. Machen wir das hier. Und dann fordern wir den heraus. Der kann nix. Oh ja. Ne. Nein. Das würde ich gern machen, aber wir haben keinen Platz. Wo sollen wir die denn hinstecken? So. Unten die Strecke. Die Verteidigung ist schwach. Das weiß der oben aber nicht. Muss einfach derzeit unten einfach nichts haben. Aber er kann jetzt auch nicht durchfaschen und irgendwas großartig erobern. Ah. Den Necro-Verstärker braucht er. Oh. Wieso habe ich den noch nicht? Meine Fresse. Meine Fresse. Das ist ja nicht schlau. Jetzt habe ich ein alter Weißer das etwa. Ja. Doof gelaufen für ihn. So. Zack. 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 Wir haben ja Geld. genug Geld. Langt. So. Wir müssen noch upgraden. So. Auch noch was. Irgendwas bauen. Irgendetwas. Und wenn es die kleinste Kleinigkeit ist. Ja. Michael Gill. Stufe 2. Gib ihm. Oh. Wir brauchen Edelsteine. Oh. Da brauchst du nichts denken, dass wir hier schwach sind. So. Das ist nicht der Fall. So. Dich müssen noch platt machen. Und du läufst ihm mal entgegen, dass er nicht nach oben flüchten kann. Oh ja. Dankeschön. Spare ich mir das Kämpfen. So. Möchtest du mich herausfordern? Okay. Ja. Ich hätte sucht. Okay. Schauen wir mal nach oben. Oh. Crackserver können wir mal gebaut. So. Wir brauchen Sachen, die wir gar nicht mehr haben. Super. Oh. Ja. Ein bisschen schade, dass das Rohstoff Silo mir nur Erz und Holz gewährt, wovon ich Überfluss habe. Was ich absolut nicht gebrauchen kann. So ein bisschen doof. Ey, wir haben hier vorbeerennt, weil er nicht weiß, dass er einfach keine Chance hat. Hauptsache Voluten.